Gibt es noch irgendwas zu sagen? Eigentlich nicht, ne? Dann kannst du, würde ich sagen, losgehen. Wie gesagt, Fuego Elo aus Hamburg. Inzwischen Hamburg auf jeden Fall die aktivste Szene. Die haben ja jetzt Arcadia, also die ganzen Weeklys. Und jetzt auch das dritte große Turnier, Arcadia Smash Nr. 3. Das ist in zwei Wochen. Falls ihr euch da anmelden wollt, falls ihr mal Bock habt auf ein deutsches Major, das ist richtig Hype. Ich bin auch dabei. Das erste Mal wieder seit 1 Milliarden Jahren. Naja. Jetzt sind wir erstmal hier bei Any Set Rising Nr. 5. Es geht direkt los. Wir sehen Falco gegen Young Link. Zu dem Matchup kann ich nicht sehr viel sagen. Ich kann aber sagen, dass Fuego Elo auf jeden Fall Erfahrung mit dem Falco Matchup hat. Ja. Und das ist immer schön zu sehen, wenn, naja, wenn jemand Erfahrung gegen den Char hat. Oh. Weil man halt einfach dann sehen kann, dass sie ein bisschen besser dagegen spielen können. So ein bisschen mit den Traps vertraut sind. Aber Synthic macht das hier sehr gut gerade. Ja. Aus den Strings kann man sich auch schlecht raus bewegen. Also wenn etwas True ist, dann musst du halt wirklich nur diesen einen Move catchen und dann die Combo clean durchführen. Mhm. Und da kann man dann auch wenig machen. Das sind beides aber relativ leichte Charaktere, oder? Ja. Auf jeden Fall, genau. Eher im leichteren Ende. Ich glaube, Young Link ist ein bisschen schwerer, als man denkt. Aber eher noch ein leichter Charakter. Mhm. Und Falco? Falco auch einer der leichteren. Also generell, es gibt ja drei Charaktere von der Star Fox Reihe. Fox, Falco und Wolf sind alle relativ leicht. Ähm. Fox und Falco sind, glaube ich, sogar sehr leicht. Also schon eher am unteren Ende. Ist gerade ein Stock vorne. Ja. Dann ist Synthic hier. Ich glaube, ich wollte mal ein bisschen auskriegen. Bekommt er hier den Kill. Ist gerade sehr wichtig, dass Falco Elo hier den Kill bekommt. Oh. Und da ist die Down-Air. Sehr wichtig. All reliable. Man muss auch sagen, jetzt Falco aber auch schon wieder mit vielen Prozenten am Start. Also 136. Ja, ja. Da muss er eigentlich jetzt aufpassen. Guck mal. Was für ein Kill Confirm. Fair to Down-Tilt. Kann man auch, glaube ich, nichts gegen machen. Das ist sehr schwierig. Ich würde es versuchen mit Smash the Eye. Das ist, wenn man sozusagen die Sticks so ein bisschen wiggelt. Ja. Und möglichst viele Inputs praktisch weg von dem Ort, nach dem man gezogen wird. Dann kann es sein, dass man sich sozusagen rausshiftet. Ja. Aber es ist schwierig, schwierig. Boah, kann den jetzt hier von der Kante runterhalten? Ja. Ja. Ja, man muss sagen, Syntek hier hält jetzt Link auf der Kante, beziehungsweise Fuego. Und ist aber auch ein Stock vorne, ne? Das kommt noch dazu. Ja. Er macht auch sehr gut Damage gerade. Ja. Sehr, sehr viele Prozente, die er austeilt. Wenn er jetzt hier von der Kante runterhalten kann. Oh. Das war nochmal wichtig. Ja. Weil vielleicht jetzt hier beide auf einem Stock. Mhm. Aber Fuego eben mit 117% schon. Das heißt, er fliegt relativ weit. Oh, er ist da rausgerollt. Okay. Ist eben schon fast in Kill Range. Muss gucken, was er jetzt an Prozenten anbringen kann, ohne selber zu viel Schaden zu kassieren. Fuego Eoleo kann jetzt natürlich gut Prozente aufbauen gerade. Oh. Misst aber den einen Hit. Verliert deswegen fast das Leben. Aber oh, gute Kombo. Ah. Das war wichtig gerade. Oh. Und Headshot extra lange. Ja. Hat er eben mit dem Schild getrappt. Ja, also, was Syntec vor allem gut macht, ist, Young Link ist ein Charakter, der eigentlich möglichst weit weg von dir stehen möchte. Mhm. Und um praktisch das Opening zu finden, versucht er Projektile reinzubringen. Und wenn er dich trifft, dann springt er halt rein. Ja. Und haut ordentlich Damage rein. Bei Falko ist es halt so, der hat einen Reflektor. Deswegen kann er das jetzt nicht einfach so machen. Ja. Ja. Da muss er einen Weg drumrum finden. Ja. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Äh. Genau. Wie gesagt, wenn man ein Matchup kennt, gerade bei sowas mit Reflektoren und allem möglichen, ist es halt so, dass man da auch schon weiß, was man so ungefähr machen muss. Ja. Aber es ist halt immer noch nicht so leicht. Und Syntec ist halt wirklich gut da drin, diesen einen Grab oder diesen einen Weg zu finden, um eine Kombo zu starten. Und dann legt er gut los. Mhm. Wir haben auch gute Falkos im Norden auf jeden Fall. Ja. Malekönig natürlich. Der beste Falko im Norden. Oh. Haben wir Syntec und ähm Don Falcone. Don Falcone. Ja. Und Scouty. Aber es ist ein deutlich besserer Start jetzt hier für Fuego. Mhm. Als eben. Genau. Also bisher hatten wir es ja auch nur gesehen, dass die Evenstocks hatten. Oder halt, ähm, Syntec einen Stock vorne ist. Ich würde interessieren, wie das ist, wenn... Fuego vorne ist. Genau. Ja. Weil das eben auch ein Charakter ist, der sich Leute auch vom Leib halten kann. Und nur dazu muss er natürlich erstmal den Kill finden. Boah. Aber hat er ganz gut Prozente Lead. Eigentlich im Moment. Ja, das sieht deutlich besser aus diesmal. Aber das stimmt. Arbeitet hier auch ganz gut mit seinem, mit seinem Bogen. Mit seinem Boomerang immer wieder. Zwischendrin. Ist beide an der Kante. Das war gefährlich kurz. Mhm. Oh. Schild abgewartet. Ah. Genau. Das ist halt so der Kill Confirm von Falco. Ja. Da uptailed hinter Back-Air also. Oh. Ist er denn auf der Kante? Aber Syntec recovered hier nochmal. Ist wieder auf der Stage. Quasi einmal getauscht jetzt. Fuego Elo hat hier Probleme, den Abschluss zu finden. Ja. Aber es wäre wichtig, dass er jetzt hier in Führung geht. Vor allen Dingen, weil er halt schon ein Match hinten ist. Ja. Ja. Und wie gesagt, also ich glaub Young Link mit Führung ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wow. Weil das Problem von Young Link ist halt, dass er den Kill bekommen muss. Weil Damage aufbauen kann er sehr, sehr gut. Aber Kill Confirms hat er nicht so viele? Äh, eigentlich schon. Aber die sind nicht so leicht. Also die sind schon ziemlich schwierig. Ah. Ah, okay. Dann kannst du aus dem Pfeil was machen auf jeden Fall. Aus der Bombe glaub ich auch. Generell so aus dem Projekt hier. Und das war jetzt gerade der Reflektor. Genau. Ja. Wirft alles zurück. Und im Gegensatz zu anderen Reflektoren wirft Falky ihn nach vorne. Das heißt, der ist noch schneller bei dir. Oh. Okay. Und das war ein Grab. Haben wir hier gesehen. Es werden hier Prozente hin und zurück getradet. Genau. Relativ even gerade. Ja. Aber ich finde halt, dass Fuego besser ins Match gefunden hat jetzt. Ja. Kill Confirms sitzen. Oh. Oh. Warum? Noch nicht immer an. Ähm. Ja, genau. Jetzt zähl auf der Kante. Stage. Kommt aber einfach so wieder rauf. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Ja. Okay. Diesmal hat er es. Genau. Das ist wichtig gewesen jetzt. Hier in Führung zu gehen. Wirklich. Sintak jetzt auf dem letzten Stock. Man hat jetzt hier Spielraum und kann einfach vor 3% eigentlich traden. Ja, genau. Also jetzt bin ich gespannt. Wir haben hier jetzt also Stock Lead. Ah. Ah. Kill Confirms. Ja. Das ist jetzt schwierig. Klassiker. Uptilt Backair. Ja. Und das wird darauf hinauslaufen, wer jetzt hier die Kombo bekommt. Moment. Sintak. Ja. Kommt aber mit 29 davon. Oh, das ist eine schöne Kombo jetzt hier gewesen. Von Sintak. Kommt aber immer wieder dieses Opening. Oh. Oh. Wenn er jetzt den Kill Confirmed kriegt, entscheidet hier auch die zweite Runde für sich. Kann dann den Matchpoint holen. Das sieht schlecht aus hier. Full Full Ego. Oh. Opening. Wow. Schöne Kombo. Die Prozente hier. Oh. Jetzt ist... Oh. Das ist Lasted. Das ist Lasted Situation. Das sind beide wirklich... Wer hier die Kombo kriegt. Genau. Wer kriegt die Kombo oder wer kriegt das Opening? Ja. Also ich würde sagen, in so einer Situation ist es auch immer gut, darauf zu warten, dass der Gegner einen Fehler macht. Irgendwie blöd aufs Shield Space. Ja. Genauso wie es gerade passiert ist. Oh. Aber es reicht noch nicht. Oh. Der Grab missed. Schade. Ja, und das ist also das 2 zu 0 hier für Sintak. Ja. Gegen Fuego Elo. Ja, ein starkes Ding.